Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Quantus und wir sind relativ am Ende des klaren Krieges. Der Gegner hat erst einen Angriff gemacht, zwei Sterne, wir haben 29 Sterne, alle Basen sind mit drei Sterne besiegt. Es fehlt jetzt nur noch der Angriff gegen die Eins, also da hat unsere Nummer Eins schon angegriffen und hat 74% und zwei Sterne geholt. Das versuche ich jetzt noch zu toppen, wird schwer als Rathaus Elfer gegen Rathaus Zwölf, aber ich probiere es einfach. Also ich habe mir überlegt, wir schauen uns mal die Base an oder vielleicht wäre es sinnvoll, uns sogar den Angriff von unserer Nummer Eins gegen die Base nochmal anzuschauen. Und dann können wir sehen, was der eventuell in der Clanburg hat und über welche Seite er angegriffen hat und wo die Tesla sind. Also er fängt oben an mit dem Mauervernichter. Danach kommt die Queen mit allen Heilern hinterher. Er versucht erstmal Richtung Adler zu kommen. So, jetzt hat er, jetzt gleich platzt der auf. Was hat er da drin? Ein Golem? Okay, er hat einen Golem in der Clanburg. Na gut, der tankt natürlich erstmal ordentlich. So, jetzt kommt noch ein eigener Golem dazu. Außen klärt er erstmal gut weg. So, dass die Walküren dann am Ende Richtung Zentrum laufen. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Er hat kein Freeze dabei. So, jetzt kommt der King. Jetzt ist der Adler aktiv. Der Warden ist auch dabei. So, naja, der Warden ist fast gestorben. Ich verstehe auch gar nicht, warum er der Warden auf Luft stand, obwohl er einen reinen Bodenangriff hat. So, in der Clanburg Baby, Drache, normaler Drache und Loon. Okay, also, aber er hat hier wunderbar die Walküren ins Zentrum bekommen. Und mit dem Wutzauber sind die natürlich so schnell, dass sie kaum von dem Drachen erwischt werden. Okay, wir wissen jetzt schon mal Bescheid. Hier rechts sind auch noch zwei Tesla. Na, ich denke mal, das ist für unseren Kampf nicht so ganz entscheidend. Entscheidend ist, ob ich die Drachen ins Zentrum bekomme. So, ich zeige euch noch mal kurz meinen Plan. Hier noch mal abbrechen. Ich werde versuchen, diese Luftabwehr hier zu blitzen und diese. Und hier werde ich dann reingehen mit dem Mauervernichter. Warum genau diese Seite? Weil die Feger mich da gar nicht stören. Also ist mein Plan dann hier über diese linke Seite reinzukommen. So, ich hoffe, müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Luftabwehr Level 8 hat 1170 Trefferpunkte. Mein Blitz ist Level 6. Da darf ich nicht groß daneben blitzen. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Live-Fight an. Und los geht's. Ich darf mir nicht viel Fehler erlauben. Der Warden steht auf Luft. Das ist richtig beim Luftangriff. So. Naja, mal schauen, wie es denn so läuft. Also ich werde jetzt hier erstmal groß zoomen, dass ich exakt da bei der Luftabwehr richtig positioniere, den Blitz. Genau das Gleiche machen wir hier. Da haben wir nämlich, wie gesagt, nicht viel Spielraum. So, jetzt machen wir mal da. Ich hoffe, das reicht. So, ich setze mal hier auch gleich die Helden schon hinterher. Bis auf den Warden. So, ich versuche natürlich, die Luftabwehr down zu kriegen. Na, mal gucken, ob das klappt. So, beide Helden laufen schon mal rein. Das ist schon mal sehr gut. Ich warte noch. Ja doch, das hat so halbwegs gut geklappt. So, jetzt kommt... Ich mache mal hier schon Wutzauber rauf. Na, mal gucken. So, jetzt komme ich mit den Drachen. Wo der Adler hier schon aktiv ist. So, ich werde jetzt mal hier alle Drachen setzen, den Warden setzen, den King zünden. So, dann werden wir auch mal hier den Hood setzen. So, der Adler ist down. Jetzt mache ich mal die Drachen unsterblich. So, Rathaus ist down. Jetzt geht es nur noch um die Prozente. Naja, also ich... Tendenziell würde ich sagen, wird schwierig, da die Prozente zu toppen. 74% hatte der Dir geholt, unsere Nummer 1, der übrigens auch ein Rathaus-Elfer ist. Da jetzt die linken Drachen gegen die Luftabwehr kämpfen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Prozente-Verbesserung gibt. So, der Warden, der macht jetzt hier den linken Drachen auch noch fertig. So, das war's. 62% keine Prozente-Verbesserung. Entschuldigung. Ja, aber ich vermute mal, der Clan-Krieg endet in 2 Stunden und 36 Minuten, dass der Gegner gar nicht mehr angreift. Aber man weiß es nicht. Manchmal greifen die tatsächlich dann kurz vor Schluss nochmal alle an. Wie gesagt, bisher nur ein Angriff. Ich lasse mich überraschen. Wir können uns noch einige andere Angriffe im Clan-Krieg anschauen. Und zwar... Ja, unsere Nummer 1 hat die Nummer 2 mit 3 Sterne besiegt, mit Walküren. Ja, ähnliche Taktik wie der Angriff gegen die 1. Mal gucken, wie er es ausgeführt hat. Ich selbst habe den Kampf auch noch nicht gesehen. Er startet ganz rechts mit dem Queen-Walk und gleichzeitig mit 2 Golems. Ah, diesmal hat er keinen Mauervernichter eingesetzt. Wie gesagt, links und rechts. Rechts die Queen mit den Heilern hinten dran. Und links die Golems mit Magier hinten dran. Den King und den Warden hat er noch gar nicht gesetzt. So, jetzt kommt der King dazu und der Warden. Der Warden steht immer noch auf Luft. Wieder eine ganz blöde Geschichte. Wir sehen das hier. Links ist der Warden jetzt schon so gut wie down. Weil die Luftabwehr auf den Warden geschossen hat. Ja, ich verstehe es auch nicht, wie man beim Bodenangriff den Warden auf Luft stellen kann. Also, so richtig sinnvoll ist das in keinem Fall. Aber gut. Er hat ja trotzdem hier dieses Rathaus mit 3 Sterne besiegt. Das Rathaus 10 ohne Infernus war dann doch zu schwach. Ja, so auf der linken Seite. Die Walküren haben natürlich kaum eine Chance gegen die Lufttruppen aus der Clanburg. Die sind jetzt gestorben, die Walküren. Aber hier kriegen die Walküren das im Zentrum auch nochmal ordentlich zu tun. Jetzt sind die Heiler von der Queen gewechselt. Jetzt heilen die die Walküren. Aber jetzt ist es dann doch ganz schnell gegangen. Die Queen hat sich um den Adler gekümmert. Und ja, dann war es zum Schluss dann doch noch ein relativ sicherer Sieg. Es leben noch 4 Walküren. Die Queen ist noch gut dabei. Und ja, jetzt nur noch der letzte Boki-Turm. Der hat tatsächlich noch den letzten Heiler abgeschossen. Aber es wurden 3 Sterne. So, dann schauen wir uns auch nochmal einen Kampf von mir an, der mit 3 Sterne ausging. Ja, die ähnliche Base wie die Base, die wir gerade gesehen haben. Ich habe hier wieder 2 Luftabwehren geblitzt. Ich hatte ja in meinem letzten Stream die Drachen auf Level 6 fertig gemacht. Also Maximum für Rathaus 11. Da bin ich auch recht froh drüber, dass ich das gemacht habe. So, ich habe 2 Luftabwehren geblitzt. Die 3. Luftabwehr versucht mit dem Mauervernichter down zu holen. Und das hat auch sehr gut geklappt. So, der Mauervernichter hat die zwar nicht ganz geholt, aber die Lunes aus der Clanburg haben dann die 3. Luftabwehr down gemacht. Die 4. Luftabwehr haben dann meine Drachen down gemacht. Die jetzt hier auf der rechten Seite kämpfen. Die Clanburg hat sich die Queen drum gekümmert. Noch ein Giftzauber drauf. Die Queen hat es nicht gepackt, sich den Drachen vom Leib zu halten. Der Drache hat die Queen dann letztendlich doch getötet. Ich meine, die Queen war ja auch nur Level 15. Aber jetzt geht es darum, Drache Level 6 gegen Drache Level 7. Ja, die Masse von Drachen Level 6 hat gewonnen. So, naja. Ihr kennt das Ergebnis ja schon. Ihr wisst ja, dass es 3 Sterne werden, aber trotzdem kann man sich die Entwicklung mal anschauen. So, der X-Bogen war jetzt das noch gefährlichste, was noch am Leben war. Jetzt war nur noch ein Bogieturm da. Aber ihr seht, es waren noch ordentlich Drachen am Leben. Da sind 2 Drachen. 3, 4, 5, 6. Also mindestens 6 Drachen sind noch am Leben. Und ihr wisst ja, Drachen Level 6, die haben ordentlich Trefferpunkte. Ja, und dann waren das ja auch 3 Sterne. Dann schauen wir uns nochmal einen unteren Angriff an. Also nicht von mir, sondern von einem anderen aus dem Clan. Gucken wir mal rein, was der interessanteste Kampf ist. So. Die Nummer 2 gegen die Nummer 6. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Daniel 05 ist. Der hat auf einmal mitten im Clan-Krieg hat er erstmal den Clan verlassen. Ja, ich denke mal, das sind interessante Kämpfe. Schauen wir uns nochmal den Kampf von unserer Nummer 6 gegen die 7 an. Und dann von unserer 7 gegen die 8. Okay, Wiederholung 2. Ich glaube, einen von den beiden Kämpfen habe ich schon gesehen. Ja, hier sehen wir einen Lava-Loon-Angriff. Mit einem Loon wird die Clanburg gelockt. Drache Baby Drache in der Clanburg. So, da wird sich jetzt wahrscheinlich die Queen drum kümmern. Erstmal einen Giftzauber drauf, dann die einige Bogies. Ich denke mal, ja, ich habe das schon gesehen. Er will das tatsächlich mit den Bogies schaffen und seine Queen gar nicht dazu benutzen, den Drachen zu töten. Ich weiß nicht, ob das diesmal... Ja, doch, er schafft das tatsächlich. Dadurch, dass die Bogies im Level 5 waren und doch in der Masse fast 30 Stück. So, jetzt kommt er hier mit allen Loons. Er hat 4 Wut-Zauber dabei. So, die Lava-Hunde, die tanken ganz ordentlich. So, jetzt hat er schon 3 Wut-Zauber gesetzt. Ein Wut-Zauber kommt jetzt noch zum Schluss. Ja, die Loons haben sich ganz gut verteilt. Die Queen ist noch am Leben. Ja, jetzt haben wir genau das. Die Queen kümmert sich um Lava-Puppies, äh, um Lava-Hund. Das ist natürlich super, weil der Lava-Hund hat ja ordentlich Trefferpunkte. Und zusätzlich, falls er platzen sollte, haben wir ja dann noch die Lava-Puppies zum Aufräumen, was ganz hervorragend ist. So, jetzt ist der erste Lava-Hund. Die Loons haben sich jetzt um die Queen gekümmert. Und dann kümmern sich noch ein paar Loons um den King und ein paar Lava-Puppies. So, jetzt hat er noch genug Truppen zum Aufräumen. King lebt noch, Queen lebt noch. Loons hat er noch viele Lava-Puppies. Und, ja, jetzt hat der King sich noch um eine Skelett-Falle, die auf Boden gestanden ist, gekümmert. Und jetzt machen wir mal hier zum Abschluss noch ein bisschen schneller. Ein Lava-Hund ist nicht aufgeplatzt. So, dann waren das hier drei Sterne. Und zum Abschluss machen wir noch den Kampf, die acht... Ne, ich glaube, das war die sieben gegen die neun. Wir gucken mal kurz. Das war die sechs gegen die sieben, genau. Wir wollten noch mal die sieben gegen die acht gucken. Der im ersten Kampf von Dehner. Und das wird dann auch der letzte Kampf sein, den wir uns anschauen. Oh, der hat hier eine ganz interessante Taktik mit Machtdrank. Hat er gemacht mit vielen Hexen, mit Magiern, mit Babydrachen. Also Babydrachen erstmal zum Aufräumen. Dahinter ein paar Magier. So, jetzt kommen die Golems. Mal gucken in der Clanburg, ob da auch ein Golem ist. Jetzt bricht er hier hinten auf. Jetzt kommen hinter den Magiern, kommen jetzt hinter den Golems, kommen... Ah, okay, in der Clanburg hat er Bohler. So, jetzt hat er quasi seine ganzen Truppen. Magier, Bohler, Hexen, Golems, alle und die Helden im Zentrum. So, der hat noch einen Wutzauber, einen Frostzauber hat er noch. Ja, also das ist natürlich das Beste, wenn alle Truppen zusammenarbeiten. Da kann sich die Verteidigung nicht quasi einzelne Ziele raussuchen. Also sie sind damit überfordert. Also zumindest die Einzelschadengebäude, die Magier-Türme, für die ist es natürlich gut, wenn die Truppen zusammen sind, aber für die Einzelschadengebäude ist es natürlich ganz schlecht. So, jetzt haben wir hier aber die Hexen immer noch am Machen. Die kümmern sich hier oben um den X-Bogen. So, mal schauen. Ja, Golem sind noch ein großer Golem und zwei kleine Golems am Start. So, wie viele Hexen leben jetzt noch? Da sehe ich noch eine Hexe. Die Queen ist auch noch am Leben, obwohl sie nur Level 3 ist. Das ist echt interessant, ja, weil die Truppen tanken. Ja, und die eine Hexe mit ihren Skeletten sorgt immer noch dafür, dass die Einzel-Point-Defense beschäftigt sind. So, kaum noch Truppen am Start und trotzdem 3 Sterne, ein Bola noch, ein halber Golem, die Queen, eine Hexe und das war's. Das reicht aus, um diese Base dann am Ende mit 3 Sterne zu besiegen. Machen wir nochmal hier schneller. So, und ich hoffe, das war's von meiner Seite aus. Wir gewinnen hoffentlich diesen Clan-Krieg. Ihr werdet das dann im nächsten Video erfahren, ob wir diesen Clan-Krieg gewonnen haben oder nicht. Im Augenblick der Stand 29 zu 2 und es sind aber noch 2 Stunden, 25 Minuten Zeit zum Angreifen. So, das war's dann wieder von mir. Ich sag tschüss. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder irgendeinen netten Kommentar, könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Das war's dann von mir. Ich sag tschüss. Noch einen schönen Urlaub für euch und für mich. Bis dann.